So, hallöchen zusammen, Aratak mein Name, vielleicht kennt ihr mich noch, ich bin theoretisch gesehen irgendwann mal hier auf diesem YouTube-Kanal unterwegs gewesen, da es schon eine ganze Weile brach lag. Allerdings gibt es jetzt mal wieder was Neues von mir zu hören, denn wir schauen uns ein kleines, feines Spiel an, das wir schon mal im Stream hatten, nämlich Wartales. Und das hat mich letztens wieder angelacht, habe ich wieder tolle neue News dazu gelesen. Es gab nämlich im letzten Jahr sehr viele tolle Content-Updates dazu, das kam schon im Dezember 2021 raus. Und das haben wir auch tatsächlich Anfang des letzten Jahres ein wenig gespielt gehabt, also 2022. Jetzt ist eine Weile Zeit ins Land gegangen und das hat mich dann dazu bewogen, tatsächlich mal wieder reinzuschauen, das Spiel. Denn es hat am Anfang noch ein paar Schwächen gehabt, die sind aber wahrscheinlich inzwischen ausgemerzt, aus Gründen, da reden wir dann nochmal drüber, wenn wir im Spiel selbst drin sind. Kurz erklärt, um was es hierbei geht. Das ist letzten Endes ein RPG, also ein Rollenspiel mit Open-World-Charakter, also man kann überall hinreisen, wo man möchte. Und man muss halt Kämpfe in, ja, rundenbasierten, ja, Strategieschlachten dann halt eben ausfechten. Das klingt jetzt erstmal alles sehr sperrig und sehr, sehr fancy, weiß ich nicht, lauter komische Wörter, unter denen man sich vielleicht erstmal nichts einvorstellen kann. Es gibt inzwischen einige mehr aus diesem Genre. Tatsächlich ist das hier auch nur einer von verschiedenen Vertretern. Allerdings, wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an. Ich starte einfach mal ein neues Spiel hinein, denn wir starten natürlich eine ganz neue Runde und gucken mal, was sich so verändert hat. So, eure Gefährten sind, jetzt haben wir mehrere Auswahlmöglichkeiten. Man legt sich am Anfang so eine Art Anfangsszenario fest. Wir können zum einen wählen, Lehrlingsfreunde, die ein Abenteuer suchen. Da bekommen wir plus 30 Einfluss und minus 30 Gefährtenerfahrung. Dann könnten wir sein Männer, die Händler ohne Arbeitgeber eskortieren. Da bekommen wir plus 150 Kronen, das ist das Geld hier. Und minus 1 Medizin, da sind wir also eher so die Hau draus, die nur für Geld, die Söldner, die typischen. Oder wir könnten sein Deserteure, die vor einem brutalen Hauptmann fliehen, also quasi Ex-Soldaten, die unehrenhaft die Armee verlassen haben. Da bekommen wir plus 50 Erfahrung und plus 50 Verdacht. Das ist quasi das, was man bekommt, logischerweise, wenn man sich dann halt ein bisschen daneben benimmt. Und dann könnten wir sein Jungbauern, die ein besseres Leben suchen, mit 10 Brot, also ein bisschen was zu essen dabei. Und minus 50 Kronen, also Armeschlucker, eher so ein bisschen Hand-in-Mund-mäßig, das Ganze. Und dann haben wir natürlich noch, beziehungsweise Leben vom Hand-in-Mund, so ergibt die Metapher, wenn ich die so runterkürze, ergibt die keinen Sinn. Wir leben von der Hand-in-Mund, so ist das gemeint. Und außerdem hätten wir noch die Gefährten, die sein können, nämlich Banditen, die vor der Wache fliehen. Also wirklich dann die absolut Gesetzlosen, nicht nur die Deserteure, sondern wirklich der Abschaum der Gesellschaft quasi. Und dann starten wir mit 100 Kronen und einem Anfangsverdacht von plus 95 sind also direkt, wie gesagt, dann die Outlaws. Im Grunde habe ich jetzt all das vorgelesen, was nicht so wichtig ist, denn für mich persönlich geht es mehr um die Startgefährten. Ich würde mir persönlich, ich weiß nicht, was hier gut ist, die A-Worteilsexperten da draußen mögen es mir verzeihen. Ich habe mir das eben schon mal ganz kurz durchgeguckt, ich würde eigentlich ganz gerne mit den Deserteuren spielen, denn die haben eine solide Mischung. Da ist ein Schwertkämpfer dabei, ein Bogenschützer, ein Waldläufer, ein Rohling. Ich denke jetzt einfach mal, das hier ist so eine Art Allrounder, der einfach der Frontlinie steht und ein bisschen Schaden macht. Bogenschütze ist glaube ich selbsterklärend, Waldläufer würde ich annehmen, ist so eine Art Assassine und Rohling ist einfach ein Tank. Insofern, das klingt für mich recht solide, da ist von allem was dabei. Alles andere, wie gesagt, könnt ihr nochmal gerne kurz drüber gucken und Pause drücken oder wie auch immer. Das geht ein bisschen mehr in eine Richtung jeweils, deswegen ich klicke einfach mal weiter. Dann gibt es noch mehr zur Auswahl. Wählt euer Schicksal, eure Gefährten sind lange Fußmärsche gewohnt, damit können wir dann 10% weiter laufen, bevor wir ermüden, das ist bestimmt ganz cool. Oder eure Gefährten sind gerissene Kämpfer, damit erhalten wir im Kampf 10% mehr Erfahrung, das gefällt mir sehr gut, Erfahrung ist immer sehr wichtig. Je schneller wir leveln, desto stärker werden wir. Eure Gefährten sind unglaublich widerstandsfähig, da bekommen wir plus 10% Verfassung, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Eure Gefährten sind Meister im Wettohrfeigen, kriegen wir 10% Krit oben drauf. Oder wissen, wie man einen neuen Rekruten anspricht, damit bekommen wir Rekrutierungskosten erlassen, nämlich 10%. Ich würde persönlich sagen, mir spricht die Erfahrung am meisten an, wie gesagt, je schneller wir leveln, desto stärker werden wir und desto widerstandsfähiger werden wir. Ich denke, Widerstand kann man bestimmt auch, oder Verfassung kann man bestimmt auch anders leveln. Wenn sie einen Makel hätten, dann wäre das, oh jetzt müssen wir uns sogar eine Schwäche auswählen. Soweit habe ich eben nicht geguckt. Das wird das kümmerlich aussehen, verringert die Tragfähigkeit jedes Gefährten um 1, können wir also insgesamt weniger tragen. Was aber glaube ich nicht so schlimm ist, denn ich denke, wir haben sowieso Lasttiere dabei. Oder wenn sie einen Makel hätten, dann wäre das, dass sie niemals zufrieden sind. Damit müssen wir die Moral des Trupps hochhalten. Das werden wir definitiv nicht nehmen, denn das war beim ersten Mal durchspielen echt hart, deswegen das werden wir schön nicht machen. Oder kritische Treffer um 3% verringern, dass sie vom Pech verfolgt zu sein scheinen, also typisch, das typische Würfelglück. Dass sie morgens schwer in die Gänge kommen, Gefahr beim Rasten um 10% erhöht, weiß ich nicht, dass ihre Auffassung von Loyalität eher relativ ist. Eure Gefährten werden den Trupp schneller verlassen, wenn sie unzufrieden sind, das klingt alles nicht so cool. Die Tragfähigkeit würde mich wahrscheinlich am ehesten anlachen. Gefahr beim Rasten sollte man auch nicht unterschätzen, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung in dem Spiel, deswegen lasst euch das gesagt sein, das ist nicht so cool. Wir nehmen mal die, dass wir etwas kümmerlich aussehen. Wir sind halt ausgehungerte Soldaten, was soll ich sagen. So, dann sollten wir wahrscheinlich mal gucken, wir spielen das erstmal alles auf normal. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen, ja, ich bin jetzt nicht wirklich erfahren in diesem Open-World-Strategie-Rundenbasierten Kampfsystem. Wie gesagt, ist sehr sperrig, gucken wir uns das gleich nochmal an. Wir spielen tatsächlich Grafschaft, Till drin, ja, wahrscheinlich, warum auch nicht, ne, let's go. Namen speichern, ja, wie nennen wir das denn einfach mal, Aratrak, ganz, ganz, ne, so, ganz kreativ, nehme ich an. Und da haben wir auch unsere ersten Kämpfer, kann man die jetzt auch nochmal anpassen? Hör doch auf, wie lange müssen wir denn hier das Tutorial machen? Beziehungsweise, Tutorial wird es wahrscheinlich gleich auch noch geben. Anpassung. Oh Gott, die kann man wirklich anpassen, ist nicht dein Ernst. Ähm, ja, ja, ich, oh Gott. Wir wollen eigentlich, ich wollte eigentlich ins Spiel rein starten, das hätte ich vielleicht schon mal vorbereiten sollen. Vielleicht kürze ich das so aus, mal gucken. Hm, was haben wir denn hier? Das ist unser Bogenschütze. Die beiden Eigenschaften, die werden wir wahrscheinlich, da werden wir nicht drum rum kommen. Oh, positive Eigenschaft, zufällig. Komm, wir machen mal zufällig, das wird schon passen. Oh, da gibt's bestimmt, oh, da kann man bestimmt sich super, was gibt's denn hier alles? Wie gesagt, ich will mir das eigentlich gar nicht alles durchlesen. Wir werden das im Spiel selbst bestimmt auch noch entdecken. Geschickt, ich weiß auch gar nicht, was diese Werte aussagen, ne. Ob jetzt stark oder geschickt für den Bogenschütze besser wäre, normalerweise natürlich Geschicklichkeit. Hm. Ja. Wir lassen das mal auf Zufall. Und, ähm, wait. Ach, da kann man sogar mehrere dazu fügen. Und ansonsten, was haben wir hier sonst noch? Ah, das sind zwei verschiedene. Komm, wir nehmen mal eine negative Eigenschaft, die ist negativ. Eine zufällige negative Eigenschaft. Kann man alles, kann man alles zufällig machen. Wir lassen das einfach mal so. Ähm, und ich würde auch wahrscheinlich, ich würde auch wahrscheinlich die, die Leute so lassen. Wir könnten die höchstens mal umbenennen. Das Pony, ne. Müssten wir eigentlich Bötze nennen. Komm, wir nennen das mal Plötze. So, Plötze. Ne, die, die, ähm, die Witcher-Freunde unter euch, die werden das wahrscheinlich sofort erkennen. Ja, wie nennen wir dann unsere Gefährten? Sind das alles Kerle oder was? Kämpft da keine Frau mit? Oder ist das, ist das eine Dame? Ich kann das tatsächlich nicht so gut erkennen. Das ist tatsächlich, ähm, der, 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 der Assassine. Also Gesicht. Kann man hier ein Geschlecht festlegen? Ne, ne? Das sind tatsächlich alles Kerle. Na gut. Ach, ne. Ne, warte mal. Entschuldigung. Ne, warte damit. Entschuldigen Sie bitte. Gesicht. Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich lasse das einfach. Wir können auch tatsächlich komplett random würfeln. Mh, das sieht doch ganz, ne, das sieht doch ganz passabel aus. Ich hab keine Ahnung. Whatever. Der hier, ne, der ist tatsächlich eher so ein, ja doch, komm, wir lassen das einfach so. Wir können vielleicht die Namen dann im Spiel selbst noch festlegen. Ich weiß es nicht. Mh, wir beginnen einfach mal das Abenteuer. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr hier als Namensvetter dann quasi mitziehen wollt. Beziehungsweise als, äh, ja, wenn ihr den Charakteren euren Namen leihen wollt. Könnt ihr gerne euch einen Charakter aussuchen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie sie heißen. Ich versuche mich dann mit den Namen zurückzufinden, wie mir das Spiel mehr gegeben hat. Das, äh, wird wahrscheinlich nicht so einfach, ne. Gell, Rick? Pilon ist aus Französisch. Und, äh, Sibayon. Oh Gott, Jesus, wir müssen die wirklich umbenennen. Äh, ist der Fakt. Ja. Genug ist genug. Viel zu lange mussten die Schikane dieses schrecklichen Hauptmanns über sich ergehen lassen. Doch jetzt können eure Gefährten endlich eure wohlverdient, irre wohlverdiente Freiheit genießen. Ich bin schon voll im Drup drin, ne. Deswegen sag ich eure. Beziehungsweise, naja. Allerdings, äh, sind Deserteure nirgends gern gesehen. Weder bei ihren einstigen Mitstreitern, noch bei den Einheimischen, die sie aus irgendeinem Grund als Verräter betrachten. Ja gut. Also, sie verteidigen jetzt nicht mehr das Land. Die werden untertauchen müssen und dabei trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Start. So, und da sind wir auch schon. Ihr seht schon, ne. Ähm. Hab ich das jetzt aufgemacht oder wurde das von alleine aufgemacht? So, ihr habt diesen Pfad noch nicht eingeschlagen. Wir haben bisher noch gar nichts eingeschlagen. Wir sind noch ganz, äh, frisch, ne. In diesen Landen hier starten wir gerade erst auf diesem Gipfel. Und, äh, ja. Da seht ihr schon, wie das Ganze aussehen wird hier später. Also, wir können jetzt nicht groß irgendwie die Karte einsehen. Ich glaube, man kann hier, doch, man kann ein bisschen drehen und so weiter. Also, wir sind hier als, als Trupp unterwegs. Äh, und, naja, wir müssten uns jetzt quasi durch Questen und durch, weiß ich nicht, Sammeln von Ressourcen. Äh, und tatsächlich hier, da sind überall Banditen versteckt. Wahrscheinlich müssen wir gleich schon das erste Mal kämpfen, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Wir sammeln alles ein, was wir haben. Wir werden tatsächlich angegriffen. So, ne, Kampf. Banditen der Stufe 2. Ist ein Genove und ein Wilderer dabei. Wir kämpfen natürlich sofort. Wahrscheinlich wird so ein bisschen jetzt der Kampf auch erklärt. Kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Wir haben das tatsächlich sehr intensiv, sehr kurz, aber sehr intensiv gespielt damals. Hat einen sehr, sehr großen Suchtfaktor. Macht sehr viel Spaß. Und ihr werdet auch bestimmt gleich sehen, warum das so ist. So, der Kampf, wenn ihr im Zuge seid, spielt eine beliebige Einheit, die ihr in dieser Runde noch nicht eingesetzt habt. Also, sprich, man darf in jeder Runde, ne. Ich sag ja ganz bewusst, rundenbasiert jede Einheit einmal einsetzen. Das gilt natürlich für den Feind auch. Es wird hier so eine Art Pen & Paper mäßig dann mit Initiative gewürfelt. Also, sprich, die Leute, die die größte Initiative haben, die dürfen natürlich zuerst, das sind meistens dann die Assassinen, die schützen. Ne, und dann die, je mehr man, ja, an Rüstung und schweren Waffen dabei hat, desto weniger ist in der Regel die Initiative. Und dann seht ihr halt, die dürfen alle einmal, also auch die Feinde. Es wird also quasi alles mitgewertet. Und dann überspringt die Runde, beziehungsweise geht dann auf die nächste und dann dürfen wieder alle. So in etwa, ne, geht das hier, läuft das Ganze ab. Findet raus, welche Gegner dann ins Spiel kommt und bereitet euch auf die Strategie vor. Alles klar. Nun, währenddessen ist quasi der Kampf jetzt erstmal, also jetzt, der ist jetzt nicht wirklich dynamisch. Also, ne, ist es, wie gesagt, rundenbasiert. Und, ähm, das Ganze läuft jetzt, äh, dermaßen ab, dass wir quasi, mit dieser Einheit fangen wir an, glaube ich, wer ist denn das hier? Mit dieser fangen wir an. Und dann müssen wir uns erstmal kurz die, die, die Dings hier angucken. Also, man hat jetzt quasi Bewegungspunkte, könnte man sagen. Und, ähm, oder sagen wir mal insgesamt Handlungspunkte. Und hier sehen wir tatsächlich die Tapferkeitspunkte, die müssen wir einsetzen, um bestimmte Fertigkeiten dann tatsächlich einzusetzen. Beziehungsweise, ne, die sind dann für, später kriegen die natürlich noch eine ganze Palette weitere Eigenschaften. Die sind dann unter anderem sehr mächtig und dafür braucht man dann diese Punkte. Die kann man aber auch im Kampf selbst wieder aufladen. Ist also, jetzt klingt erstmal alles sehr relativ komplex. Ich denke, da wird uns jetzt hier nicht viel, ähm, entgegengeworfen. Wir sind ja zu zweit, also, ne, mit zwei in der Überzahl, vier gegen zwei insgesamt. Deswegen, ich schicke jetzt wahrscheinlich einfach mal diesen Kämpfer hier eins nach vorne. Achso, wir dürfen erstmal platzieren, never mind. Ich darf erstmal meine Kämpfer hier platzieren. Ich hab mich schon gewundert, warum wir mit einem, warum wir mit einem Schwertkämpfer tatsächlich anfangen dürfen. Wie mach ich denn das nochmal? Kann ich die einfach, ach, ich kann die, kann die, muss die gedrückt halten. Wie gesagt, ich muss mich wieder kurz ein bisschen reinleben hier. Äh, im Großen und Ganzen wollen wir das jetzt so machen, dass wir den Bogenschützen ganz hinten stehen lassen. Der wird wahrscheinlich erstmal auf den Genoven schießen, der hat ja keine Rüstung und gar nichts. Wir schicken unsere beiden Tanks, die mit Schild und Schwert hier hantieren, die schicken wir ein bisschen weiter nach vorne. Man könnte theoretisch gesehen auch den hier irgendwo nach hier oben abparken, aber ich hab ein bisschen Schiss, weil, wie gesagt, der hat ja gar keine Rüstung. Übrigens, das hier sind jemals die grauen, das sind die Rüstungswerte, die roten Sachen, das sind die, ähm, das sind die Lebenspunkte quasi. So, darf ich jetzt? Wie geht denn das jetzt los? Äh, zu beenden. Ne, warte mal. So, achso, ich muss dann auch tatsächlich direkt angreifen, ich verstehe. So, wir rennen jetzt natürlich erstmal zu dem Ganoven hin, ne, wir nehmen dafür, oder fangen wir mit dem hier an. Ich glaub, das hier ist unser Raufbold, ich glaube, der kann am besten tanken. Fügt dem Ziel 3-4 Schaden zu, der Schaden erhöht sich um 50%, wenn das Ziel noch Rüstung hat. Dementsprechend lassen wir natürlich den zuerst raten. Ne, der darf jetzt vorlaufen und dann darf der einmal auf die Rüstung drauf knüppeln. So. In einen Kampf verwickeln. Wenn ihr einen Nahkampf, äh, Angriff auf einen, äh, freien Gegner ausführt, verwickelt ihr diesen in einen Kampf. Dementsprechend ist er jetzt im Nahkampf gebunden. Das hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Schützen hier oben machen sollen. Habe ich jetzt nicht so weit gedacht. Aber wahrscheinlich hätten wir nicht so weit laufen können. Eine so angegriffene Einheit kann nur den gegen sie kämpfenden Angreifer angreifen. Also sprich, der ist jetzt wirklich gefesselt mit diesem Duell, mehr oder weniger. Und, ähm, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit kritischen Schaden erleiden, nutzt dies für eure anderen Einheiten aus. Eine angegriffene, kämpfende Einheit entblößt ihren Rücken, greift sie von hinten an, um einen Bonus zu erhalten. Ähm, also jetzt kann ich quasi mit dem Assassinen hier, könnte ich jetzt theoretisch gesehen einmal hier rundlaufen. Wer ist dann jetzt ja eigentlich als nächstes dran? Wir können eine beliebige Einheit einsetzen, sehe ich gerade. Oder war es das jetzt? Ich glaube, der ist jetzt fertig. Ne, der soll sich nicht zurückziehen, der ist jetzt beschäftigt. Let's go. So, dann dürfen wir die nächste Einheit einsetzen, wie schon erwähnt. Idealerweise kommen wir jetzt mit dieser Einheit hinter die andere Einheit und dann können wir ordentlich Schaden austeilen. Ähm, oder möchte ich tatsächlich, warte mal, kann ich, kann ich nicht zuerst den hier einsetzen? Weil ich glaube, der macht von hinten sogar noch mehr. Erhöht die kritische Trefferschance zusätzlich um 30%. Wird ausgelöst, wenn diese Einheit ein gegnerisches Ziel von hinten angreift. So, dann wir schaffen das gerade so, glaube ich, um den drumherum. Und dann können wir den einmal piksen. Was bringt denn das hier? Kriegen wir da irgendwie Initiative zurück? Ne, ne? So, piks. Leider haben wir jetzt wieder das Problem, dass der Bogenschütze gleich auf den hier schießen darf. Ähm, apropos Bogenschütze. Wir bringen vielleicht mal unsere eigenen... Ja, dankeschön. Wir bringen... Aber jetzt darf er erstmal auf uns schießen, leider. Oh, er hat auf seinen eigenen Kollegen geschossen. Das kann man natürlich auch machen. Ist nicht ganz so sinnvoll, weil sind ja nur zu zweit. Aber gut, dann macht mal. Ich, äh, rede ruhig da nicht rein, ne? Das kann uns natürlich auch passieren, in der Theorie. Weil der hat dem jetzt natürlich... Der wollte über den anderen hinweg schießen. Ähm, deswegen gehen wir mal ein Stück weit zur Seite vielleicht. Und dann versuchen wir mal, unseren eigenen Schützen vorbeizuschießen. Das hier ist nämlich jetzt eine Eigenschaft, die kostet uns einen von diesen Tapferkeitspunkten. So, erhält Versiertheit. Die Reichweite des nächsten Angriffs ist verdoppelt und die Präzision erhöht. Alles klar. Das heißt also, wir können jetzt, äh, wenn ich mal ein bisschen rübergehe hier... Oh, dann habe ich das jetzt einfach mal gemacht, nehme ich an. Und jetzt kann ich hier drauf schießen. Ich kann auch theoretisch auf ihn hier hinten schießen. Ähm, ich denke, wir wollen erstmal einen ausknipsen. Aber das hier ist 100%, das hier sind 100%. Ja, dann schieß mal auf den hier. Vielleicht erwischst du den sogar mit einem Crit. War da nicht. Am Anfang sind die Waffen noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr rudimentär. Das ist alles, ähm, wir sind mit der leichtesten Ausrüstung unterwegs. Wir haben ja nichts. Wir sind ja gerade erst aus der Armee geflohen. So, deswegen, ich würde einfach nochmal den hier nach hier vorne bringen. Erste Hilfe gibt es also auch. Wir haben einen umzingelt. Das ist gut. Umzingelt eine angreifende, kämpfende Einheit mit zwei Verbündeten, um einen Bonus zu erhalten. Das hätte ich wahrscheinlich zuerst machen sollen und dann nochmal mit dem Schützen drauf schießen sollen. Aber ich gehe mal davon aus, der wird jetzt sowieso fallen. Schlägt einen Gegner K.O. Das können wir später machen, um den Gefangenen zu nehmen. Leider habe ich aktuell noch keine Ketten. Die muss man erst kaufen. So, das war es dann leider auch schon mit dieser Person. Ansporn, ne? Jetzt haben wir quasi, jetzt sind wir in der absoluten Überzahl. Dementsprechend, wenn man irgendwie so eine, so eine Grenze hier oben reißt, dann bekommen wir Ansporn. Und dann kriegen wir quasi, ich weiß gar nicht genau, was wir dann kriegen. Auf jeden Fall noch einen größeren Bonus. Ich darf mich jetzt auch tatsächlich direkt weiter bewegen. Der Krieger darf sich nochmal eins weiter bewegen. Nachdem er da quasi angegriffen hat. So, dann wird jetzt die nächste Runde eingeleitet. Und ja, ne? Der Schütze ist leider als allerletztes dran. Dementsprechend wird er jetzt ordentlich auf die Schnauze bekommen wahrscheinlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wem gehen wir den Kill? Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das einen Unterschied macht. Aber in der Regel sollte es zumindest einen Unterschied machen. Wir lassen wieder zuerst unseren, ne? Unser Dings hier ran laufen. Ja, unseren, äh, Raufbold war das, glaube ich. Den lasse ich mal so ein bisschen seitlich stehen. Der wird jetzt auf jeden Fall erstmal den Kollegen hier wieder in den Kampf verwickeln. Und dem möglichst viel Rüstung runterhauen. So, und dann sollten wir wahrscheinlich den hier als nächstes nehmen, Zug beenden. Dann nehmen wir den hier als nächstes, lassen den auch einmal komplett rumlaufen. So, dann kann er dem nämlich auch schon mal schön in den Rücken piksen. Und dann nehmen wir dem natürlich die komplette Rüstung runter. So, und ich glaube, das war es auch schon. Wir könnten uns jetzt theoretisch noch weiter bewegen. Ich laufe tatsächlich mal hier nochmal eins hier zur Seite. Dann ist dieser Zug beendet und dann lasse ich ihn nochmal ran. Wahrscheinlich wird der den jetzt tatsächlich killen. Den Schützen, der den, naja. Da haben wir wieder umzingelt und dann noch einmal 9 bis, ne, 9 bis 11 Schaden. Das wird auf jeden Fall tödlich sein. Ja. Ja, das müsste es dann auch schon gewesen sein. Wie gesagt, war natürlich nur zum Aufwärmen. Da gewinnen wir jetzt gewisse Erfahrungspunkte, gewisse Werte und natürlich auch ein bisschen Loot. Wir haben zweimal Rüstung bekommen. Ach nee, das sind menschliche Gebeine. Weiß ich nicht, ob wir die unbedingt nehmen wollen. Wir nehmen, glaube ich, mal Fischöl. Was würde ich denn mit menschlichen Gebeinen wollen? Diese Gebeine sind wahrscheinlich nutzlos, aber dann wiederum... Nee, ich weiß nicht. Wir nehmen mal das hier und das hier vielleicht. Wir haben natürlich nicht unendlich Platz. Und die dürften ziemlich schwer sein. Die wiegen jeweils 10. Das lassen wir mal schön. So, und dann geht es weiter. Wir haben, glaube ich, zwei Level abbekommen. Dann können wir tatsächlich hier mal reinschauen. Oder wie geht das? Untersuchen, bewegen. Hier. Da haben wir einen Level ab. Und den können wir jetzt natürlich... Den können wir dann verschiedene Fertigkeiten geben. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Da müssten wir jetzt ein bisschen festlegen, in was für eine Richtung wir gehen. Das sind jetzt quasi neue Fertigkeiten, die wir da freischalten. Fügt dem Ziel 5 bis 6 Schaden zu. Und bewirkt 3 Rundenlacken eine Schwächung. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Das wäre dann ein schwerer... Also, ne? Das ist dann wirklich ein Tank hier. Dann haben wir aber auch noch leichtere Klassen. Der hat eine mittlere Rüstung. Und das ist auch eine mittlere Rüstung. Dann hätten wir einmal den Vergift in den Schlag. Fügt allen Einheiten im Bereich 5 Schaden zu. Bewirkt bei blutenden Einheiten 2 Gift. Das ist natürlich in der Kombi ziemlich cool. Allerdings bräuchten wir natürlich dann auch erstmal eine Einheit, die Bluten auslösen kann. Und dann bin ich hier anstürmen. Zieht sich zurück und greift in einer geraden Linie an. Fügt allen Einheiten auf dem Weg 5 Schaden zu. Und bewirkt eine Runde lang eine Verlangsamung. Ja, ähm... Okay, zieht sich zurück und greift in einer geraden Linie an. Dann kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel darunter vorstellen. Ich glaube, ich möchte den wirklich zum Tank ausbilden. Was haben wir denn hier? Der hat eine krasse Verfassung jetzt schon dabei. Rittischer Treffer, Bewegung plus 10. So, das wäre der reine Schaden. Das würde jetzt natürlich nicht ganz so gut passen. Also, wir kriegen jetzt hier ein Doppelplus. Ich kann jetzt hier auswählen, kann ich quasi die Einheit bzw. diese Fertigkeit doppelt upgraden mit einem Punkt. Da würde jetzt natürlich eher dann ein Angreifer draus werden. Oder sollte einer draus werden. Den schwächenden Schlag, den nehmen wir einfach mit. Wir lassen den ja in der Regel zuerst reinlaufen. Und gerade bei einem... Ne, bewirkt drei Runden lang Schwächung. Das ist gar nicht verkehrt. Wir nehmen den als Full Tank mit. So, wir möchten, dass der ein Zerstörer wird. Dann bekommt er nämlich nochmal Verfassung obendrauf. Und ich gebe den trotzdem nochmal ein bisschen Stärke hier. Na, seht ihr schon? Da machen wir statt 5 bis 6 Schaden 6 bis 8 Schaden. So, fügt dem Ziel 5 Schaden oder 6 Schaden zu, wenn es weniger als 50% Gesundheit hat. Ja. Wir nehmen tatsächlich das hier mit dazu. Sehr schön, danke. Dann, ja, so kann das dann weitergehen. Tatsächlich hier beim letzten Mal war das Problem hauptsächlich dahingehend, da konnte ich nochmal kurz nochmal drüber reden, hatte ich ja eben gemeint. Also bei der initialen Version, die wir damals hatten, die noch relativ neu dann im Release waren. Oder ich glaube das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon voll released wurde. Ich glaube tatsächlich nicht. Da ging es glaube ich nur bis Stufe 5 oder Stufe 8. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es da überhaupt schon Stufe 10 gab. Insofern hat sich da, glaube ich, inhaltlich ein bisschen was getan. Wir gucken mal. So, dann haben wir hier noch Sibion. Den können wir auch nochmal upgraden, beziehungsweise leveln. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, entweder einen vollen Tank daraus zu machen, also einen Beschützer. Die Einheit und alle Verbündeten im Bereich erhalten 2 Runden lang Schutz. Das ist sehr interessant. Fügt dem Ziel 5 bis 7 Schaden zu und bewirkt 2 Runden lang Destabilisierung. Oder wir haben hier Fleischwohne, fügt allen Einheiten im Bereich 2 mal 5 Schaden zu, kann 2 Angriffe eingesetzt werden. Das ist also ein AOE-Angriff. Der kostet uns aber auch 2 mal Initiative oder beziehungsweise 2 mal Punkte. Ja, so eine Schwingenfertigkeit, also einmal rundherum durchziehen, die wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich mache aus dem auch so ein bisschen, wir gehen auch erstmal Richtung Tanky. Ich möchte eine klare Frontline haben. Das klingt auch ziemlich gut. Wir nehmen erstmal das hier mit. Machen aus dem einen Beschützer an. So, und dann darf ich ihn nochmal leveln, oder wie läuft das jetzt hier? Ach nee, warte mal, erstmal die Stärke noch. Aufschlitzen, kritische Treffer. Haben wir bei der Stärke auch einen Doppelplus, nehme ich tatsächlich das hier auch dabei. Auch ein Highroll bei der Stärke. So, dementsprechend können wir weitermachen. Ich habe jetzt wieder viel zu lange hier rumgedödelt. Wir wollen ja ein bisschen was sehen von dem Spiel noch. Und da haben wir die ersten Stallungen der Hochebene. Mal gucken, ob wir da eine schöne Quest für uns finden. Da haben wir, glaube ich, erstmal Loot, was wir einsammeln können. Schauen wir doch mal rein. Was ist denn das hier? Stoff. Können wir mitnehmen. Das hier drüben ist unser Inventar. So, und dann gucken wir mal, was haben wir hier? Stallungen der Hochebene. Und dann haben wir immer so eine schöne, wie soll ich sagen, schön animierte Übersicht. Und dann kann man jetzt hier so ein bisschen, ja, tatsächlich auch einige Sachen finden, glaube ich. Wir untersuchen das hier mal. Das könnten wir jetzt theoretisch stehlen. Oder wir könnten es auch lassen. Ich glaube, das Lassen ist besser. Hier können wir neue Ponys kaufen. Neue Tragpferde. Damit wir mehr Gewicht transportieren. Allerdings kostet uns das, glaube ich, auch dann, ich weiß gar nicht genau, das kostet uns dann mehr Essen, mehr Nahrung. Na, wir haben jetzt hier oben für zwei Tage Nahrung. Und wir reden einfach mal mit den Leuten. So, Hallöchen. Wenn der Krieg in Edoran ein Segen für mein Geschäft ist, tun mir die armen Pferde einfach unglaublich leid. Ich sehe, dass ihr keine Soldaten seid. Nehmt sie mit, wenn ihr könnt. Sonst würden sie wohl wahrscheinlich ohne eigenes Verschuldentod auf dem Schlachtfeld enden. So, die Frau ist um ihre Pferde besorgt, weil jetzt hier Krieg herrscht anscheinend. Wir möchten, dass wir sie mitnehmen, weil wir eben keine Soldaten mehr sind. Wenn ich daran denke, wie viele Leute ihre Pferde nicht beschlagen, möchte ich mir die wenigen Haare ausreißen, die ich noch habe. Ja, du hast tatsächlich höchstens am Bart, kannst du noch ein bisschen rumrupfen. Ich sage euch was, wenn ihr bei uns ein Pferd kauft, bekommt ihr die Hufeisen gratis dazu. Vor kurzem ein Hufschmied gefertigt. Bonusbewegungsgeschwindigkeit in der Welt um 3% erhöht. Ähm, ja, wie viel kosten die denn? 50. Ich glaube, wir sparen das Geld lieber erstmal, guter Mann. Ich komme aber wieder, wenn wir ein bisschen mehr Kohle zusammengekratzt haben. Bisher gibt es ja nicht so viel. Wir haben ja unser Pony, ne? Wir haben ja unsere Plötze, Stufe 1 Pony. Wir gehen, glaube ich, erstmal in die nächste Stadt und fragen mal, was da so Phase ist. Hier sind wir in Stromcup. Da kommen auch direkt, das sind Karawanen oder Händler. Kommen da direkt mehrere zusammen. Ich glaube, ich hätte auch so direkt reingehen können. Ja, jetzt haben wir hier mehrere Gebäude zur Auswahl. Da könnten wir zum Beispiel erstmal, ich weiß gar nicht, wo gehen wir denn zuerst hin? Wir haben eine Apotheke, ein Gasthaus. Kann man hier auch pausieren? Kann man tatsächlich auch. Markt der drei Hasen. Also theoretisch gesehen kostet uns jeder Tag Sold, ne? Ihr seht schon, beziehungsweise alle so und so viele Tage müssen wir Sold bezahlen. Das ist auch ganz schön happig am Anfang. Nämlich mit 58 und wir haben ja nur 100. Insofern sollten wir gucken, dass wir da relativ schnell zu Geld kommen. Wir gucken vielleicht erstmal im Rathaus vorbei. Denn dort finden wir bestimmt eine tolle Quest. Da ist nämlich die Bürgermeisterin Gondrande. Sehr seltsamer Name. Zumindest für meine Verhältnisse. Für damals wahrscheinlich nicht, ne? Grüß dich, Gondrande. Seid ihr etwa Söldner? Ihr solltet wissen, dass wir Flüchtlinge in dieser Gegend nicht gerne sehen. Warum fragt ihr? Weil sie unsere Wege schon überrannt haben und jetzt auch auf die Straßen gehen. Edoran schickt uns alles, was zwar Beine und einen Maul hat, dafür aber kein Schwert halten kann. Hat einiges an Arbeit vor euch. Es fehlt nicht an rechtschaffenden Bürgern, die Hilfe brauchen, um die Flüchtlingsbedrohung abzuwenden. Die sind ja anscheinend sehr verschlossen, sag ich mal. Das finde ich jetzt persönlich erstmal nicht so sympathisch. Kann man hier hochgehen? Dann gehen wir mal wieder raus. Aber gut, ist natürlich verständlich. Die müssen sehen, wo sie bleiben. Und wenn jetzt hier Krieg herrscht, dann ziehen wahrscheinlich da Ströme von flüchtenden Menschen durch. Und die wollen natürlich allesamt was haben. Und im Zweifelsfall wird da wahrscheinlich sogar eher geklaut und gestohlen. So, was soll man auch machen, wenn man am Verhungern ist? Ich kann hier tatsächlich schmieden. Was kann man dann da schmieden? Oh, wir können erstmal Berufe lernen. Neuer Beruf, Schmied. Wir können jetzt Leute zu Schmieden machen. Da müsste ich halt erstmal gucken, was man da für Eigenschaften braucht. Wahrscheinlich Stärke, nehme ich mal an. Kann man das irgendwie in Erfahrung bringen. Ihr könnt meinen Anbors benutzen. Ich kann natürlich auch eure Rüstung reparieren. Übrigens suche ich einen fähigen Schmied, falls ihr also zufällig einen kennt. Wir müssen nichts reparieren. Tiltrender Wiederherstellung. Durch den Einsatz Tiltrender-Methoden optimiert euer Trupp die Verwendung von Reparaturmaterialien. Bonus Reparaturmaterialien stellen 5 zusätzliche Rüstungspunkte wieder her. Das kostet uns alles ordentlich Kohle. Wir haben auch tatsächlich ein bisschen Werkzeug dabei. Wir lassen das erstmal. Ich würde mir gerne erstmal eine Quest angucken. Nun kann man sich dann hier eine Quest reinholen. Wahrscheinlich im Gastehaus, logischerweise. So. Hier haben wir immer verschiedenste Sachen zur Auswahl. Hier könnten wir zum einen, glaube ich, neue Rekruten anwerben. Das ist eine der Möglichkeiten. Man kann natürlich auch später, glaube ich, Leute gefangen nehmen oder sogar im Gefängnis selbst sich neue Rekruten anwerben. Aber hier, das ist immer eine legitime Möglichkeit, quasi herumlungernde dann auch in die Kuppe aufzunehmen. Darüber hinaus, ich glaube, immer 3 hat man da zur Auswahl. Darüber hinaus haben wir hier dann auch, glaube ich, Quests an der Wand. Und das hier ist ein Informant. Da können wir uns, glaube ich, Informationen dann logischerweise kaufen. So, such die Arbeit. Unsere Aufgabe als Abgesandte ist es, dafür zu sorgen, dass allen Dienstsuchenden nachgekommen wird. Dienstersuchungen. Genau. Ne, Dienstersuchen. So, wir aktualisieren unser Stellenangebot regelmäßig. Dann zeig mal, was du so drauf hast. Auf deiner Tafel. Bitte um Hilfe. Trunkenbolde. Eine Gruppe von Trunkenbolden hat beschlossen, sich mit den Flüchtlingen anzulegen. Ihnen muss Einhalt geboten werden, bevor die Lage außer Kontrolle gerät. Schwierigkeitsgrad einfach. Haben wir tatsächlich als Belohnung 100. Eine Rattenplage zerstört unser Land. Unsere Nächte werden von den schrillen Schreien dieser schrecklichen Blagegeister zerrissen. Ist schon Durchschnitt. So, dann haben wir hier noch Kopfgeld. Die Bruderschaft will Annalise Mannschaft tot sehen. Diese Banditen haben den Händler einmal zu oft ausgeraubt. So, dann haben wir hier noch den Turm auf Althesberg. Banditen haben diesen Ort zu ihrem Unterschlupf gemacht. So, gibt es keine finanzielle Belohnung, aber ihr könnt behalten, was immer ihr dort findet. Okay. Das ist wahrscheinlich ganz gut für Ausrüstung. Was wir theoretisch gebrauchen können, denn wir haben bisher nur den absoluten Anfangskrempel. Wir nehmen erstmal die Trunkenwolle mit. Ich glaube, man kann hier mehrere Sachen annehmen. Man kann insgesamt drei Stück annehmen. Dann müssen wir auch gar nicht so weit laufen. Also, wir nehmen natürlich erstmal die leichten Sachen, denn die schweren Sachen, naja, ich weiß ja nicht, ne? Mordserie und so weiter. Da legen wir uns ein bisschen mit an, wenn wir ein paar mehr Erfahrungspunkte haben und vielleicht auch ein bisschen bessere Ausrüstung. Dann nehmen wir hier noch die Mannschaft mit. Das liegt sogar glücklicherweise in derselben Richtung. Das ist ja wunderbar. Und dann nehmen wir vielleicht noch die Rattenplage mit, oder? Die war doch auch nicht so schwer. Wobei, ich glaube, Ratten waren tatsächlich gar nicht mal so einfach. Wir nehmen vielleicht noch die Banditen mit für die Ausrüstung. Die liegen auch in derselben Richtung, das ist ja ausgezeichnet. So, super, ne? Haben wir alles angenommen, was anzunehmen war. Und dann fragen wir vielleicht nochmal den Informanten, ob wir da auch noch was haben. Oder was hast du für uns? Weinbrand erhöht. Die Zufriedenheit des Trupps um eins hält bis zur nächsten Rast vor. Da können wir uns quasi einmal betrinken. Apfelpfannkuchen, hier kann man natürlich auch selber kochen später. Neue Gesichter bekommt man hier nur selten zu sehen, wenn man einmal von den edorianischen Kriegsflüchtlingen absieht. Komm, drückt öfter vorbei. Es gibt immer Leute, die Arbeit suchen. Besonders seid auf der anderen Seite der Grenze, die Kämpfe ausgebrochen sind. Singt ein Lied, um mit euren badischen Talenten zu glänzen. Wir können hier auch rasten. Da stellen wir bis zu drei von diesen Punkten wieder her. Wir sprechen vielleicht nochmal mit dem Informanten. Psst, ihr da, hey, ihr. Sucht hier Arbeit, ich hätte da ein paar Tipps für euch. Ich könnte euch die lukrativsten Missionen zeigen. Bei denen springt um einiges mehr raus, als die mickrigen Belohnungen, die die Söldnergelder zu bieten hat. Natürlich müsst ihr dann mit dem Auftraggeber treffen und euch die Angelegenheit anderer Leute einmischen. Am letzten Endes zählen schließlich nur die Kronen im Geldbeutel, oder? Frau 1, zum Hängen verurteilten Mannes sucht verzweifelt nach Hilfe. Das müssen wir tatsächlich mit Einfluss kaufen. Ja, da kann ich noch nicht mitreden. Du guter Mann, da müssen wir uns erstmal ein bisschen... Na, da müssen wir erstmal gucken. Wenn ich mit euch ziehe, falle ich wenigstens nicht mehr meiner Familie zur Last. Ihr seht schon, zum Rekrutieren bräuchten wir auch Geld und tatsächlich auch Einfluss ist das hier oben, glaube ich. Das können wir auch noch nicht machen. Insofern ziehen wir doch erstmal los und sehen mal, was noch die Karte für uns bereithält. Markt und so weiter brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Deswegen, ich ziehe mal... Wie kann man denn hier die... Genau, hier kann man gehen. Bei den Acht und Nebel ziehen wir los. Ich weiß gar nicht genau, wann wir müde werden. Kriegen wir das auch irgendwann irgendwie angezeigt? Keine Ahnung. So, wir gehen mal auf die Straße zurück. Irgendwie gibt es auch eine Übersicht über die Map. Ganz genau, hier sind wir. So, rasten kann man theoretisch überall. Dann kann man hier überall in Lager aufschlagen. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie man hier angezeigt bekommt, wie viel... Ich glaube, man braucht dann... Man bekommt dann Tapferkreispunkte beim Rasten dazu. Das hier sind anscheinend auch Bauern. Greifen die uns auch an? Sind das Banditen? Sind wir hier überhaupt richtig? Theoretisch, ja. Was ist denn das hier? Greift die uns an? Scheinbar greifen die uns an. So, wo sind sie diese Flüchtlinge? Wir schmeißen die eigentlich nicht raus. Und zwar jeden Einzelnen, jawohl. Ach, die müssen wir wahrscheinlich... Tatsächlich wollen einen Krawall machen hier, ne? Ja, kann schon sein, dass ich was getrunken hab. Wie alle hier. Woher wisst ihr denn das? Seid ihr Hälse, oder was? Ja, du lollst dir ordentlich ein. Genauso gut, wie ich vorlese wahrscheinlich. Peiga, lasst uns in Ruhe. Wir haben Flüchtlinge aus Tildern zu vertreiben. So, wir könnten die bestechen. Mit Wein und Einfluss. Oder wir greifen sie einfach an. Ausgleich zur Belohnung. Fünfmal Leder. Ja, dann, let's go. Die haben tatsächlich auch Rüstung an. Dafür, dass das Bauern sind, sind die ganz schön gut ausgerüstet. Gut, sind zwei Fußsoldaten dabei. Na, dann machen wir das einfach mal. Verlangssoldat und, wie gesagt, noch ein Fußsoldat. Oder, wie gesagt, sind beides Fußsoldaten. Sollten wir schaffen, denke ich. Wir sind da zu viert. Das lief ja eben auch schon sehr gut. Diesmal ist ein Speerträger dabei. Und tatsächlich hier, wie gesagt, noch ein Keulenträger. Da dürften wir ein bisschen mehr auf die Schnauze bekommen. Wir haben hier eine Falle. Wenn man sich dieser Falle nähert, kann sie ausgelöst werden, um schweren Schaden zu verursachen. Das wäre doch für unseren Schützen gar nicht mal so schlecht. Wie sieht denn das hier aus? Wo dürfen wir denn hier starten? Ach, wir sind hier hinten, tatsächlich. Wir haben auch hier einen Speer, den kann man werfen für fünf Schaden. Da würde ich mir meinen Schützen hier hinten aufstellen, wahrscheinlich. So, das hier ist unser Keulenträger. Der wird jetzt wahrscheinlich ihn gleich erstmal in den Nahkampf mitnehmen. Und dann werden wir mit ihm hier wahrscheinlich den anderen dann noch in den Nahkampf mitnehmen. Das sind unsere beiden Tanks. Und den hier bringe ich dann, den lasse ich wahrscheinlich sogar hier hinten stehen. Also der hier darf als letztes erst. Das bedeutet, ich kann mit ihm dann hier ranlaufen. Und mit ihm kann ich eben wahrscheinlich in den Rücken gehen. So, das bedeutet, wir schicken ihn hier vor. Und lassen die beiden sich ineinander verkeilen. Der hat die dickste Rüstung hier. So, und dann können die das unter sich ausmachen, nehme ich an. Ja, ich glaube, das ist der Plan. Den können wir auch erstmal schwächen. Der wird, wie gesagt, wahrscheinlich ordentlich gegenhauen können, weil der hat die dickste Rüstung und den meisten Schaden dementsprechend wahrscheinlich auch. Wir bringen den jetzt erstmal nach hier vorne. So, jetzt ist die Frage, schwächen wir den oder haue ich dem auch erstmal die Rüstung runter? Der Schaden erhöht sich um 50%, wenn das Ziel noch Rüstung hat. Ich würde es mal versuchen, ohne den zu schwächen. Wobei, ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Wir sind nicht ganz so gut ausgerüstet. Wir haben genauso viele Lebenspunkte, aber erheblich weniger Rüstung. Wir machen das trotzdem mal so. Der hat gar nichts gebracht. Das ist ja nicht so gut. So, dann würde ich als nächstes, die sind jetzt miteinander im Kampf, dann würde ich als nächstes mal mit dem hier ran. Danke, eine Runde beenden. Ach, ich darf trotzdem noch schwächen. Ah, okay, ich verstehe. Also diese, ne, so war das nämlich. Diese Eigenschaften beziehungsweise diese Skillpunkte beziehungsweise Fertigkeiten, die hier von diesen Punkten Taffelkeitspunkten kosten, die kann man auch dann danach noch einsetzen. Das ist quasi, ne, die Währung, die verfällt dann. Die bekommen wir auch dann erstmal nicht wieder. Deswegen, ich würde den wahrscheinlich trotzdem nochmal schwächen als nächstes. Genau, der ist jetzt drei Runden lang geschwächt und dementsprechend haben wir diesen Kampf dann hier beendet. Ich würde als nächstes sehr gerne mit meinem Schützen hier ran. Und zwar rennen wir wahrscheinlich nach hier drüben. Und dann müssten wir, ich versuche tatsächlich auf den hier wahrscheinlich sogar zu werfen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So. Ich renne erstmal hier rein. Dann kann ich mich jetzt mit dem Sperrwurf, ah, da komme ich gar nicht weit genug, ne. Da komme ich leider nicht weit genug. Ne, dann lassen wir das lieber. Kann ich das wieder rückgängig machen? Schade, ich hoffe, ich hoffe, ich darf jetzt noch schießen überhaupt. Das wäre nämlich ansonsten relativ dumm. Wir schießen dem hier mal in den Rücken. Wobei. Ah, nicht so gut, ne. Doch, ich schieße den hier nochmal ab. 100 Prozent. Noch ein bisschen Rüstung abgezogen. So, dann haben wir den hier auch tatsächlich fertig. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht bis zu mir. Der hat auch einfach drauf geprügelt. Vier Schaden gemacht. So, mit dem wollen wir jetzt den hier in den Kampf verwickeln, um den dann quasi gleich in den Rücken rennen zu lassen. Deswegen laufe ich mit dem hier tatsächlich auch mal einfach rein. Ich weiß nämlich nicht genau, was der, was der Sperrkämpfer hier gleich anrichten kann. Der hat bestimmt auch eine fiese Attacke dabei. Wir machen allesamt noch nicht so viel Schaden. Wahrscheinlich die Gegner auch nicht. Das war es dann auch schon damit. Und den hier lassen wir jetzt, wie gesagt, einmal außen rumlaufen. Der hat relativ, ne, der ist relativ flink unterwegs. Ich bin da mal überlegen, ob wir den hier zuerst weg machen. Ich glaube, wir machen den hier tatsächlich zuerst weg. Obwohl, der darf ja gleich auch noch ran. Aber der muss seine Attacke auf ihn hier machen. Der ist mit ihm im Nahkampf. Das heißt, ich kann eigentlich wunderbar hier rein und dann einmal auf ihn hier lieber piksen. Wäre natürlich super, wenn der keine Rüstung hätte, ne? Wo ist denn das jetzt hier? Das hier ist der Schlag von hinten. Okay, da haben wir neun Punkte gemacht. Da haben wir gut gewürfelt, in dem Fall. Ne, die Schadenswerte werden natürlich so ein bisschen ausgewürfelt. So, eine neue Runde beginnt. Wer darf denn jetzt hier wieder zuerst? Ich glaube, das ist egal. Dann lasse ich ihn wahrscheinlich direkt nochmal von hinten reinpiksen. Ne, lohnt sich nicht so sehr. Der hat jetzt keine Rüstung mehr. Das heißt, dieser Schlag hier, der lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht wirklich. Den Bogenschützen, den können wir hier auch nochmal reinballern lassen. Was haben wir denn hier? Das sind 62% und das hier sind 100%. Dann lassen wir ihn nochmal zuerst hier drauf schießen. 5 Schaden ist ja gar nichts. Bisschen Schade, ne? Dann, naja. Äh, lassen wir das. Dankeschön. Wer darf hier dann zuerst gleich? Der darf wieder zuerst. Wäre gut, wenn wir den hätten ausknipsen können. Aber ich fürchte, das wird nichts. Ich fürchte, das wird nichts. Der darf auf jeden Fall nochmal zuhauen. Ich würde, ich würde den hier lieber nehmen, wenn ich ehrlich bin. Damit wir dem so viel Schaden machen wie möglich. So, dankeschön. Der könnte sich jetzt theoretisch zurückziehen. Ich glaube, wenn wir die nebeneinander stellen, dann dürfte das sogar noch besser sein. Dann dürften die, glaube ich, einen Bonus davon bekommen. Irgendwie so war das, glaube ich. Stimmte das? Nicht wirklich, ne? Der ist auf jeden Fall noch geschwächt. Der dürfte eigentlich nicht so viel Schaden kriegen. Also unserer, natürlich. So, dann darf er auch wieder zuhauen. Ja, ich will erstmal einen von denen ausknipsen, ne? Der hier muss jetzt straight up einfach erstmal tanken. Das geht natürlich ordentlich auf die Rüstung. Aber so ist das Leben, nehme ich an. Oh, der hat auch gut gesessen, haben wir auch gut gewürfelt. Ja, ne? Weiter, weiter kämpfen, bitte. So, und er darf auch noch, du kannst einfach nur zuhauen. So, auch da solide Schaden gemacht. Ja, sind wir auch durch die Rüstung durch, haben wir sogar einmal Schaden erlitten. Also, tatsächlich, ne? HP verloren. So, der Bogenschütze, kann der hier raufschießen? Der kann da raufschießen, der hat aber eine Trefferchance, dass wir unseren eigenen Kollegen treffen, das ist nicht so gut. Heißt, wir rennen ein bisschen näher ran. Jetzt dürfte ich 100% haben. Hätte ich hier drauf auch, dann würden wir da auch die Rüstung unternehmen. Ich würde sehr gerne den jetzt killen und dann mit ihm hier gleich von ihm die letzte Rüstung unternehmen. Schade, haben wir so nicht erwischt. So, dann ist aber der Kampf hier auch vorbei. Du bist, ne? Beendet die Runde, beziehungsweise haben wir damit beendet die Runde. Jetzt renne ich mal mit ihm hier tatsächlich wieder ein bisschen um die, ne? Hier einmal rundherum. Wobei, wir rennen hier rundherum, dann kann der gleich da aufrennen. Ich würde den sehr gerne in den Rücken schlagen lassen. Komm, ich stelle den mal hier auf. Wird schon passen. So, und dann jetzt einmal finishen, bitte. So, wunderbar. Da haben wir auch Ansporn. Jetzt machen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Dann bist du in der Theorie auch fertig, beziehungsweise wir könnten dich sogar einfach noch mal nach hier oben laufen lassen. Zu beenden. Darf er noch einmal zuhauen? Unser Nahkämpfer, der hat ordentlich gelitten hier bei der Aktion. So, du läufst bitte hier rein. Der ist nämlich jetzt umzingelt und dann hauen wir dem die Rüstung runter. Ja, das hat richtig Schaden gemacht. Sehr schön. Wie gesagt, wir sind jetzt angespornt, der ist umzingelt. Da sind jetzt mehrere Faktoren reingekommen. Ich glaube, ich lasse den trotzdem noch mal hier zur Seite laufen, damit unser Schütze gleich vielleicht im Notfall auch noch mal kann. Aber ich denke, der Kampf ist jetzt eh beendet. Denn wir dürfen jetzt auch noch einmal draufknüppeln. Ja, das war's dann. So, damit haben wir diesen Kampf dann auch ruhmreich, haben wir freigeschaltet. Das war eine Eigenschaft. Wir kriegen sogar eine schöne Rüstung. Abwehr plus 11 und Rüstung plus 15 oben drauf. Und 5 mal Leder. Das nehmen wir beides mit. Wie gesagt, wir haben ein bisschen gelitten bei der Aktion. Wir können das jetzt alles reparieren, was wir auch machen sollten. Denn wir haben ja noch ein paar Aufträge vor uns. So, 2 mal Rohmaterialien. Ganz genau. Wir haben auch einmal gelevelt. Da gehen wir mal weiter. So, ihr habt die Mission bitte um Hilfe für betrunkenen Borde abgeschlossen. Schaut an einem abgesandten Bericht, um eure Belohnungen zu erhalten. Da schauen wir nochmal kurz in das Level hier rein. Ich drück da immer falsch. So, was haben wir denn hier Schönes? Tapferkeit. Tapfere Kühnheit. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr plus 1. Das ist ziemlich cool. So, jedes Mal, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, erhaltet ihr plus 1. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr plus 1. Ja, das ist jetzt schwierig. Gegner töten. Wenn wir jetzt hier daraus wirklich einen Assassinen machen, dann wird er wahrscheinlich darüber sehr viele Punkte reinkriegen. Realistisch betrachtet ist es aber wahrscheinlich so, dass wir öfter ähm, naja, neben einem Gegner jetzt mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, erhaltet ihr plus 1. Das wird wahrscheinlich, also das Ding ist halt, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, heißt halt, dass die nicht in einem Duell sind. Aber das bedeutet, wenn wir den wirklich als Assassinen spielen, dann lassen wir sowieso ja einen Nahkämpfer ranlaufen, der den halt erstmal fesselt im Kampf und dann würde der den quasi abpieksen. Mh, das sind alles passive Fertigkeiten. Ich würde mal das hier nehmen. Ich glaube, das wird am realistesten dann tatsächlich Verwendung finden. Mh, das hier, ja, weiß ich nicht, das wäre theoretisch dasselbe, nur irgendwie ein bisschen komplizierter als das hier. Wir nehmen mal das hier mit, wird schon passen. So, dann haben wir außerdem Bewegung, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, würde ich auch vermutlich nehmen, wobei Geschicklichkeit auch nicht so schlecht wäre, macht dann mehr Schaden. So, aber dann haben wir den ein bisschen mobiler, ne? Wir nehmen tatsächlich mal die Geschicklichkeit, wir nehmen einfach den Highroll jedes Mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was gut ist und was schlecht ist. So, aber ich würde sagen, wir beenden mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen bisher. Wir haben jetzt natürlich noch gar nichts gesehen von dem Game. Ich drücke auf die Pause. Und ja, ich denke, ich werde relativ bald dann noch eine zweite Folge raushauen und vielleicht auch noch ein paar mehr, je nachdem, wie es euch gefällt. Soll wahrscheinlich erst mal wie immer nur ein kleiner Überblick sein über das Spiel. und ja, ich würde mich über ein Feedback freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu Warthales wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Dann sehen wir uns